Bin ich zu anspruchsvoll? Weil ich weiß, was ich will? Weil ich Wert lege auf kompromisslose Qualität? Weil ich niemals aufhöre, Grenzen zu überschreiten und neue Maßstäbe zu setzen? Ja, ich bin anspruchsvoll, weil ich weiß, was ich will. Deshalb stehe ich dort, wo ich heute bin. Ich will das Besondere. Für mich. Jeden Tag. Das ist Engberst Germany. Das ist Engberst Germany.